Die ontologische Kinesiologie beschäftigt sich mit der Entfaltung des eigenen Potenzials. Konkret heißt das, die Symptome des eigenen Körpers zuzulassen und anzuerkennen, um die tiefer sitzenden Ursachen positiv und nachhaltig zu beeinflussen. Wir erhalten Werkzeuge, jedes Wochenende irgendwie unterschiedliche Werkzeuge. Und diese Werkzeuge kann ich dann verwenden, wenn ich sie brauche. Und zum Teil für mich selbst, zum Teil für andere. Das ist ein wertvoller Input, den ich auch ins eigene Leben integrieren kann. Und diese Werkzeugkiste wird immer größer und wenn ich einen Schraubenzieher brauche, dann hole ich ihn mir einfach. Was wichtig ist für mich, dieses Leben im Jetzt, was immer eigentlich ein zentraler Punkt ist von der Arbeit, dass ich das versuche, für mein Leben zu nützen oder mein Leben danach auszurichten. Erlernt können diese Techniken in den entsprechenden Kursen des Wifi-Bien werden. Die Menschen kommen zu uns mit ihren Themen, Problemen und Beschwerden. Und wir nutzen dieses Kinesiologie-System, um mit dem Inneren zu kommunizieren, weil wir in dieser Arbeit nicht das Symptom bekämpfen wollen, sondern vielmehr darin einen Entwicklungsprozess sehen, der mit diesem inneren Dialog freigelegt werden kann. Die ontologische Kinesiologie hilft praktizierenden Ärzten, das eigene Spektrum zu erweitern. Die alternativen Instrumente sollen die Schulmedizin nicht ersetzen, sondern ergänzen. Für mich ergänzen sich überhaupt alternative Heilmethoden und klassische Methodik natürlich. Ich meine, ich würde jetzt auch nie einen Klienten behandeln, ohne dass ich weiß, dass der jetzt nicht eine klassische Therapie braucht. Aber es ist ein wunderbares Mittel, einem Menschen in seiner Menschwerdung, in seiner Sichtfinden, in seiner Authentizität, seine Authentizität zu finden, ein sehr schönes Mittel. Diese Methoden kann jeder erlernen. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, sich auf einen Selbsterfahrungsprozess einzulassen und eigene Muster und Haltungen zu hinterfragen. Es gilt allgemein, das Leben wahrzunehmen und natürlich auch im eigenen Körper sich selbst zu erfahren und so auch zu sehen, wie groß das Leben ist, wie wir im Leben getragen sind und welche Fülle im Leben eigentlich uns zur Verfügung steht. Wifi. Wissen ist für immer.